Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Sarah an. Dieser hat über Abnehmen Made Easy geschrieben, welches sie mit 4,6 Sterne bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Abnehmen Made Easy im Test. Erfahrungsbericht. Sich wohlfühlend, fitter werden, besser aussehen, selbstbewusster werden. Das alles soll das Komplettsystem für deinen Traumkörper Abnehmen Made Easy bewirken. In einem Zeitraum von nur acht Wochen. Wer will das denn bitte nicht? Mein Interesse war schon durch diesen ersten Einblick geweckt. Mir stellte sich allerdings die Frage, und so geht es wahrscheinlich einigen, ob ich dieses kostenpflichtige Programm denn überhaupt benötige. Kurz gesagt, welche Gründe ich haben könnte, um an einem solchen Programm teilzunehmen. Immerhin gibt es ja auch tausende Trainingsprogramme da draußen. Einziger Nachteil, über 90 Prozent dieser Online-Trainingsprogramme sind ausschließlich für Männer. Kurz etwas zu mir. Mein Name ist Sarah und ich bin 28 Jahre alt. Ich war nie wirklich die sportlichste oder dünnste und runterrungen wie diese ganzen Models aus dem Fernsehen ist absolut gar nicht für mich. Meine Körperstatur war bis jetzt eigentlich immer etwas mollig, aber auch nicht übertrieben dick. Außerdem bin ich nicht Raucher und ich trinke eher selten Alkohol. Dadurch, dass ich im Dezember mit meinem Freund in den Urlaub fliegen möchte, habe ich beschlossen, etwas für meine Traumkörper zu tun. Ich habe mir einfach gesagt, hey, du kannst es wenigstens versuchen. Hinterher kannst du immer noch meckern. Versuche Freunde, Familie oder Partner ebenfalls für ein Trainingsprogramm zu begeistern und Leidensgenossen zu finden. Mein Freund hat sich ebenfalls vor kurzem erst Bodywork 360 von KLS geholt und ist davon wirklich begeistert. Das war mein Ansporn, ebenfalls etwas für meinen Körper zu tun. Außerdem ist es einfacher zu zweit ein solches Programm durchzuziehen, denn man kann sich gegenseitig motivieren. Für mich kam Bodywork nicht in Frage, da ich speziell etwas für Frauen haben wollte. Vor etwa einem Jahr beschloss ich aus Überzeugung, etwas für meinen Körper tun zu wollen. Ich besitze bereits eine Mitgliedschaft bei der Fitnessstudio Kette McFit, die ab 19,90 Euro pro Monat erhältlich ist. Am Anfang noch total euphorisch und motiviert ging ich fast täglich trainieren. Mit der Zeit fehlt dabei jede Motivation und die Antriebskraft, die einen davon überzeugte, weiterzumachen. So wurden die Besuche im Fitnessstudio eher zu einem seltenen Phänomen und ich fand immer häufiger Ausreden, warum ich nicht hingehen konnte. Ich glaube, dieses Phänomen kennt jeder. Außerdem glaube ich, dass jeder Mensch Ereignisse in der Zukunft findet, zu denen er besonders gut aussehen möchte. So ein Ereignis stellt für mich zum Beispiel einen Urlaub im Dezember dar, die beste Zeit, um an einem Beachbody zu arbeiten. Deshalb startete ich mein 8-wöchiges Trainingsprogramm am 02.08.2017 mit einem Startgewicht von 173 kg bei einer Größe von nur 168 cm. Laut BMI-Rechner aus dem Internet hatte ich also ein leichtes Übergewicht. Schreibe mir einfach mal in die Kommentare, was dein Antrieb ist, ein paar Funde zu verlieren. Doch welches Konzept steckt hinter Abnehmen Made Easy. Es ist ein 8-wöchiges Programm, das dich aktiv bei deinem Vorhaben abzunehmen und unterstützen soll. Für ca. 70 Euro kaufte ich also dieses Trainingsprogramm und bekam eine Abnehmen Made Easy Login-Daten innerhalb von 2 Minuten per E-Mail. Nachdem ich diese im Login-Bereich eingab, wurde ich zunächst auf das Einsteiger-E-Book aufmerksam. Dieses E-Book enthält alle Informationen, die ich als Neuling über das Programm wissen sollte und erleichterte somit den Einstieg erheblich und ich hatte eine erste Orientierung. Der Mitgliederbereich von Abnehmen Made Easy. Zum Beginn beschreibt das E-Book, man im persönlichen Wochenplan Startgewicht sowie diverse andere Maße, wie der Taille der Brust, der Hüfte, des Oberschenkels, der Waden notieren soll. Außerdem soll man ein Bild von sich machen, um nach 8 Wochen den direkten Vorher-Nachher-Vergleich zu haben. Dieses Bild schaffte es im Verlauf des Programms immer wieder neue Motivationen mir zu entfachen. Der nächste Punkt, den das Einsteiger-E-Book ansprach, war der Ernährungsbereich. Der Ernährungsbereich ist in 4 Mahlzeiten untergliedert. Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und der Snack. Für den Snack gilt dabei, dass er kein Muss ist, sondern bei Bedarf eingenommen wird. Ich habe den Snack genutzt, wenn ich doch einmal zwischen den Mahlzeiten Appetit bekommen habe. Eine Vielzahl an verschiedenen Rezepten für die einzelnen Mahlzeiten steht zum Download bereit. Der Abnehmen Made Easy-Mitgliederbereich. Der Mitgliederbereich unterteilt sich im Wesentlichen in 8 verschiedene Bereiche. Starte hier, dein Abnehmen Made Easy-Programm. Hier findest du das Einsteiger-E-Book, Abnehmkiller. Also welche Lebensmittel dich vom Abnehmen abhalten. Und die Abnehmen mit Easy-Basics. Wochenplan. Jetzt Downloaden. Hier findest du den Wochenplan und eine genaue Anleitung, wie er funktioniert und was er für eine riesige Bedeutung für dein Abnehmziel hat. Selbstverpflichtung, um motiviert dabei zu bleiben. Die Selbstverpflichtung ist eine Art Vertrag, den man mit sich selber schließt. Man druckt sie aus, kreift alle Punkte an und unterschreibt sie dann. Somit hat man immer einen Antrieb, nicht aufzugeben. Wirklich klasse, wie ich finde. Ernährung. Immer satt, dann isst dich schlank. In diesem Bereich findest du über 100 isst dich schlank Rezepte. Mehr über den Schummeltag und viele weitere Ernährungstipps und Tricks, unter anderem auch zum Thema Einkaufen. Denn gerade dort gibt es viele Verlockungen. Training. Kurz und effektiv. Hier gibt es Bauch, Beine, Po und Ganzkörper Workouts. Außerdem noch Aufwärmen und Cooldown Übungen. Somit werden Verletzungen und Muskelkater vorgebeugt. Bonus-Inhalte. Für dich nur das Beste. Abnehmen mit dem Ernährungslexikon, Lebensmittel mit Minuskalorien, schlank werden durch Essen. FAQ. Häufig gestellte Fragen und Antworten. Support. 24 Stunden am Tag an 7 Tagen die Woche. Für dich da. Meine Lieblings-Fitness-Gerichte. Eindeutig easy Chia-Müsti mit einer Obstmischung aus Himbeeren, Apfel und Birnen zum Frühstück. Eine Hackfleisch-Gemüsepfanne mit Guiana zum Mittag und Pizza-Crepe zum Abendbrot. Mein absoluter Lieblings-Snack sind die Protein-Schokobärchen. Man darf so viel davon essen, bis man wirklich satt ist. Also hungern ist hier keinesweils angesagt. Alle Rezepte auf Abnehmen mit easy haben eine Nummer, die man täglich im Wochenplan vermerken muss. Wenn man die sechs Tage lang kontinuierlich gemacht hat, erwartet einen am siebten Tag der Woche ein Schummeltag. Der Tag, an dem es erlaubt ist, zu essen, was man möchte. Ihr glaubt nicht, wie motivierend und heißer Sinn dieser Tag in den ersten Wochen war. Ich hatte allerdings Bedenken, da ich beruflich und somit zeitlich auch öfter mal darauf angewiesen bin, außerhalb zu essen. Mit Abnehmen mit easy kein Problem. Zweimal in der Woche ist dies erlaubt. Keine Kohlsuppen-Diät, schlank im Schlaf oder sonstiger Humbug? Über den Tag sollten täglich außerdem mindestens zwei Liter Flüssigkeit zu sich genommen werden. Getrunken wird dabei lediglich Wasser, schwarzer Tee oder grüner Tee. Am siebten Tag, den Schummeltag, darf man auch hier wieder alles trinken, was man möchte. Ab und an habe ich aber auf meinen New-Käbel-Schick nicht verzichtet. Natürlich kann es kein Abnehmprogramm geben, das komplett auf Sport verzichtet. Auch nicht bei Abnehmen mit easy. Laut Programm soll man dreimal für 20 Minuten in der Woche Sport machen. Welche Workouts man machen möchte, ist einem dabei selbst überlassen. Auch hier stehen verschiedene Bauch, Po, Beine und Ganzkörperübungen ohne weitere Kosten zum Download zur Verfügung. Wusstest du eigentlich? Ein Kilo Körperfett hat ungefähr 7000 Kilokalorien. Nach den acht Wochen mit Abnehmen mit easy trägt man noch einmal sein Gewicht und alle Maße, die man zu Beginn des Programms eintragen sollte, ein und macht abschließend noch einmal ein Bild von sich. Somit bekommt man den direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Mein Abnehmen mit easy Test. Meine Body-Transformation. Abnehmen mit easy war das erste Trainingsprogramm, an dem ich teilgenommen habe und keine reine Stoffwechseldiät. Somit hatte ich keinerlei Vorerfahrungen und keinerlei Vergleiche. Also startete ich komplett unvoreingenommen meine acht Wochen. Als erstes fiel mir auf, dass der Mitgliederbereich von Abnehmen mit easy sehr persönlich und motivierend gestaltet ist. Jedes Mal, wenn ich mich einloggte, wurde ich mit Willkommen meine Liebe begrüßt. Auch wird einem immer wieder verdeutlicht, dass Versagen keine Option ist. Eine innerliche Motivation entwickelte sich bei mir, da die Seite einem immer aufzeigt, dass man die acht Wochen mit Erfolg beenden wird. Abnehmen mit easy ist ein Trainingsprogramm, das sich ausschließlich an Frauen richtet. Ich persönlich sah darin eine Chance. Über verschiedene soziale Kanäle wie Facebook oder Instagram verfolgte ich die Erfolgsstories anderer Frauen. Immer wieder sagte ich mir, das schaffst du auch. In den ersten Wochen hatte ich zunächst leichte Anlaufschwierigkeiten. Es fiel mir schwer, die täglichen Esseinheiten in meinem Alltag zu integrieren. Ich aß vor dem Programm oft Fastfood oder Fertiggerichte, weil es schnell ging, um mir die Mühe frisch zu kochen, ersparte. Nun stand ich jeden Tag in der Küche. Das totale Gegenteil von meiner bisherigen Essgewohnheit. Doch mit der Zeit gewöhnte man sich an diesen neuen Rhythmus. Man empfand das tägliche Kochen nicht mehr als eine Art Zeitverschwendung. Auch merkte ich, dass ich mich deutlich besser fühlte. Durch meine nun deutlich ausgewogene Ernährung fühlte ich mich viel weniger vollgefressen, sondern aktiver. Diese Ernährungsumstellung hat mir auch bei meiner Nachmittagsmüdigkeit geholfen. Ich fühlte mich auch nach der Arbeit immer noch fit und nicht mehr müde. Ganz ohne Koffein oder teure Energydrinks. Übrigens bietet Abnehmer mit EZ eine 14-Tage-Lehr-Zurück-Garantie an. Abnehmer mit EZ-Programm. Alle anfangen ist schwer. In den ersten zwei Wochen konnte ich es gar nicht erwarten, dass der Schummeltag näher kam. Ich hatte total in Heißhung auf Schokolade, Pizza, Burger und Co. Doch auch dies endete sich im Verlauf des Programmes. An Schummeltagen gönnte man sich schon etwas, aber bei weitem nicht mehr so wahllos wie am Anfang. Ich hatte das Gefühl, ein komplett anderes Verhalten in Bezug auf Essen gelernt zu haben. Plötzlich wurde die Rückseite mit Lebensmitteln mit der Nährwertangabe interessant und ich stellte fest, was ich vorher für einen Müll in mich reingeschaufelt habe. Meine 20 Minuten Workouts absolvierte ich dreimal in der Woche und merkte schnell, dass ich mit jeder Woche meine Ausdauer und Intensität des Workouts erhöhen konnte. Ein wirklich gutes Gefühl. Mein 8-wöchiges Trainingsprogramm beendete ich letztendlich am 27.09.2017 mit einem Gewicht von 59,5 Kilo. Ich denke, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de